Wie fandest du es heute? Ja, war ein richtig gutes Spiel der Jungs, ja, kein Vergleich zum Montag. Die Intensität war auch viel höher und die haben absolut verdient gewonnen heute. Es war ein schwieriges Spiel, man weiß, es ist zurück und zurück, viele Miss-Shots, beide Teams haben viele tired-Shots, aber, you know, wir buckled down, wir hielten auf und haben den ersten Wunsch in der Euroleague dieses Saison gewonnen. Es ist natürlich ein großer Wunsch. Es ist immer gut, zu Hause gewinnen. Und in der Euroleague ist jedes Spiel wichtig. Ich denke, in dem ersten Spiel haben wir wirklich gute Dinge in Istanbul gemacht, und ich denke, wir haben das in der zweiten Runde der Euroleague gebaut. Wir müssen einfach weiterentwickeln. Wir haben gesehen, wie gut das Team sein kann, wenn wir nur die kleinen Dinge auf der Defensive machen. Ich denke, wir haben einen sehr guten Job auf der Defensive gespielt und das hat uns auf der Offense. Heute war super. Der Dome ist super mitgegangen, unser Team hat super zusammengespielt und genau so. Spiele machen Spaß, dafür spielt man Basketball. Ich meine, es ist nur Basketball, man. Es ist Teil des Spiels. Man hat die Fatigue, man hat die Hände, man hat die Hände, man sieht die Hände, man sieht die Hände, man sieht die Hände, man sieht die Hände, man spielt so hart. Ich meine, es kommt mit dem Sport zu spielen, aber beide Teams versuchten, und wir wollten es mehr und wir haben stark gemacht. Ich denke, in Fenerbahce haben wir schon gezeigt, dass wir gegen die Topklubs mithalten können und auch gewinnen können. Ich denke, in Istanbul hätten wir auch gewinnen können, dann hätten wir jetzt 2-0. Aber gegen Kim Ki muss man auch mal gewinnen und das kann man in der Gruppe nicht bestehen. Und das haben wir heute gezeigt, dass wir das können. Ja, eine wahnsinnige Defense, also 60 Punkte nur zuzulassen, hervorragend. Also ich muss sagen, das war unglaublich, was sie da gespielt haben als ganze Mannschaft. Also da war nicht einer irgendwie, das waren alle, die da zusammengestanden haben, immer wieder nur schwere Würfe zugelassen haben. Klar, Kim Ki hat natürlich auch nicht unbedingt viel getroffen, aber ich glaube schon, dass das auch viel damit zu tun hatte, wie sie die Defense gespielt haben, mit was für einem Druck sie da agiert haben. Und ich glaube, da sind viele Jungs, die vielleicht jetzt gar nicht mal so viele Punkte gemacht haben, aber die echt eine wahnsinnige Leistung heute gebracht haben. Team, Team Effet, einfach wir haben zusammengehalten, Defense, Offense, Rebounding, Rebounding war heute sehr gut von uns. Und ja, dann haben wir eine Chance, gegen so Mannschaften zu gewinnen. Ich glaube, wir kamen mit einem Weg, wir spielen mit Passion, wir spielen mit Energie, Enthusiasme. Und die Crowd-Gruppe war unglaublich heute. Ich fühlte mich, als ich hier zwei Jahre alt war, und die Crowd war wirklich in die Rolle und uns einen extra Buss. Also vielen Dank an unsere Fans. Ich meine, es ist ein guter Start für uns. Wir haben eine Euro-League-Home-Game, also eine Preparation-Builder. Aber wir können nicht überhören, Sunday's Game. Aber wir haben uns Sunday's Game zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen, und zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen. Und das Team ist hier auch noch zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen. Wir können unsagara gut felfieren, was es erstmalig ist. Wir wollen uns